Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Und dann sagen wir, der letzte, Amen, und gute Wach. Und haben keine Zeit, seine Stimme zu hören. Haben keine Zeit, seine Antwort zu hören. Was er uns will, soll er. Und weil sie Gott uns will, soll er viel mehr werden, als wir uns will. Weil sie weiß, was wir uns will. Und sie wird uns helfen, wenn wir mit uns im Hort, damit ich in den Arm kommen. Aber Gott seine Stimme hören, da brauchen wir manchmal einfach eine Zeit. Dass wir schnell sind. Dass wir im Jäst sind. Dass wir bei ihm auf der Schauzette. Dass wir ganz dicht bei Gott sind. Und dann haben wir einmal hören, wie seine Stimme. Und da gibt es ganz verschiedene Stäte in der Bibel, wo die Menschen Gott seine Stimme gehört haben. Der eine, der hört sie sanft, als ein ganz kleiner Wind. Der andere hört Gott seine Stimme am Donner. Der andere hört Gott seine Stimme am Feier. Und Johannes sieht Gott seine Stimme, als mit große Trompeite. Der bloßt, der einfach stört. Und dann in weit von der Form, wie sie hören. Wichtig ist, ob er, dass wir Gott seine Stimme hören, und zu hören, was er uns zu sagen hat. Er kann uns reden, dass sie ein Wort. Er kann uns reden, dass sie in der Natur. Aber Herr Jesus, wir kommen von Donner Dien, wir fragen Dien, dass du doch musst uns so reden, dass wir die Heere können. Mach uns geistlich auch ab, dass wir die Heere, deine Stimme, ertjane. Es gibt so viele, duzende Stimmen in dieser Welt. Halt uns, deine Stimme, ertjane. In Tote Jere, wo du uns zu sagen hast, dort bete ich in deinem Namen. Amen. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde, am Mundo de hoy. Töp, wie der Name Jesu gerade schreibt, über Paraguay und der Welt. Kontakt uns in info.jesusresponde.com Das war eine Produktion von Jere,